So, dann holen wir mal das Pyramid. Ja, ja. Wo war jetzt mein Gravel? Habe ich das Gravel rausgeholt gehabt? Nee, hatte ich natürlich nicht. Habe ich natürlich vergessen. Gravel, 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 Gravel. So, haben wir hier. Ich hätte noch so einen kleinen Vorplatz ausgemacht. Das ist so ein, natürlich, ein Budget. Also, muss man nicht hier so, einfach nur so ein großer fetter Weg. So, hier der kleine Vorplatz. So. Dann aber nur bei dir. Ja, das liegt aber ganz sicher nicht an mir. So, ich hab die aufgenommen. Oh, was ist das? Oh, und da kommen die Leckfeder, ey. Ähm, nochmal so eine Frage. Weiß nicht manchmal ein bisschen gepokst. Das sagen viele Leute immer, wenn ich rede und ein bisschen verrückter werde. Dann sagen sie immer, ey, hast gepokst? Versteht du nicht wieso? Weil ich guck's nicht. Ich rauch ja noch nicht mal so. Vor allem nicht so jung. Ja, jung, 14. Also, ähm, ja, ich glaube, das wird jetzt ein bisschen so viel. Ich hab jetzt gar keine Lust mehr auf dem Server. Na, Lust hätte ich doch schon noch, aber gar keine. Na, Zeit. Zeit, 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 Zeit ist immer das Problem. Das ist mir grad der Text nicht eingefallen. Script Text. Oh, irgendjemand, ich brauch meinen Abschlusstext. Gut, dann mach ich ihn eben aufs eigene Faust. Tschüss. Wir sind in unserem nächsten Part. Nicht vergessen. Forever alone. Tschüss. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's do Minecraft. Dem lieben Domseplay ist ein kleiner Fehler passiert. Nämlich, ihm ist ein Safe kaputt gegangen. Deshalb fehlt mir jetzt da ein kleines Hühnchen und ein bisschen Eisen. Also, eher gesagt, nur ein ganzes Eisen, bis auf diese fünf Eisenblöcke. Gut, das heißt, ich glaub, äh, 13 war das. Also, das ist nicht viel. Na, ja stimmt. So, ähm, was ich mir für heute noch mal vorgenommen habe. Ich glaube, wir werden noch einmal die anderen besuchen. Soll ich euch reinrede, aber der Server lag grad derbe. Echt? Bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Dann liegt's an dir. Ja, okay, jetzt geht's nicht. Ich hab Dürrlitz. Ja, dann reden jetzt an. Ich hab nur das, ähm, bei Optifine das Regenteil ausgestellt. Damit ich keine, ich hab nämlich keine Lust die ganze Zeit hier den ganzen Regen runterzupressen haben. Dann ist mir egal, ob's denn hier einfach nur die Wassereffekte sind. Es sieht zwar scheiße aus, aber hey, was und machen. Und die Microsoft-Musik ist grad ein bisschen laut. Jetzt mal kurz das machen. Und dann die Microsoft-Musik. So, das reicht doch. Ich weiß nicht, wieso, aber ich mach... Erschreck mich nie wieder so, du dummes Scheißteil. Ich verzieh mich mal. Ich hab jetzt... Ich hab jetzt wieder sehr oft mit dem Minecraft Nostalgia-Motto rumprobiert. Also mit dem Teil da, wo du auf jede erdenkliche Minecraft-Version zurückpatchen kannst. Und zurzeit spiele ich wieder sehr gerne in... Ja, wer's glaubt, die Alpha natürlich. Die gute alte Alpha. Ich spiele in der Version, in der ich gespielt habe. Das war die, ähm... 1-0-4, glaub ich. Alpha 1-0-4. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Müsste ich nochmal nachgucken. Aber... Das interessiert euch wahrscheinlich eh nicht. Aber... Ähm... Wie heißt das? Ja, genau hier. Better Grass ist drauf. Äh... Zusammen mit Optifine natürlich. Und den Connected Textures Mod. Der ist auch bei Optifine ja ab sofort mit drin. Äh... Better Grass ist schon länger, aber der Connected... Äh... Ach... Der weiß, was ich mein. Wollen wir schlafen gehen? Ah, ne, geht ja nicht. Es ist ja noch gar keine Nacht. Und... Ich hab gedacht, es wurde grad erst Tag. Ja, und je nachdem... Ähm... Sorry, falls ich gerade was leise bin, aber... Es ist halt schon ein bisschen später am Abend. Deshalb... Und hier, der hat immer noch keinen... Ach komm. Seien wir mal so nett. Setzen wir ihm hier... Äh, hier. Ja, hier. Ein paar Fackeln rein. Da oben bauen die anderen. Na gut. So wie es aussieht... Geh ich doch lieber zurück, weil... Es wird ja Nacht. So wie ich es gerade mitbekommen habe. Und ich hab gedacht, es wird grad... Ich... Es wurde gerade erst Tag. Warte, das kann ich ja ganz kurz mal nicht... Oh, das war schon gar schon offen. Ich hab gedacht, ich hab schon auf Pride gemacht. Naja. Ich find mein Skin immer noch geil. Okay. Ja, ne. Forever Alone. Bei mir da hinten in der Einöle. Passt ja gerade richtig. Hm. Super. Ich hab so langsam... Nervt das da oben. Schwarze Wolke, weiße Wolke. Schwarze Wolke, weiße Wolke. Spinne irgendwo am Boden. Mann, hör auf zu nerven. Warte mal. So. Jetzt könnt ihr mich mal. Blume. Blume. Ah ne. Mir haben keine Hühnchen gefehlt. Die Schafe waren das. Was hab ich mit Hühnchen gehabt? Das waren meine Schafe, die gefehlt haben. Und natürlich das Zaunretter. Aber wir haben hier auch Schafe. In der Umgebung. Und hol ich mir die einfach neu. Und wie ihr seht, wir sind jetzt zu viert auf dem Server wieder. Ja. Ich mag meine Miene hier vorm Haus immer noch. Tja. Ich hab immer noch meine Holzspitzhacke. Ich glaub, weil ich hab die vergessen, glaub ich, zu tun. Und das wollte ich gerade... Machen. So. Äh. Stimmt, denn meine ganzen Eisensachen sind ja jetzt dann auch deshalb weg. Das heißt, ich muss mir jetzt erstmal meine neuen... meine Eisensachen neu craften. So. Dann bräuchte ich jetzt unbedingt was zu futtern. Aber leider habe ich gerade nichts zum Futtern. Hatte ich gerade Knochen? Nein. Da auch nicht. Aber ich könnte... so. Ich könnte mir ja was zum Futtern holen. Ich hab ja hier in der Nähe genug Wasser. Ich glaube, wir verstehen uns. Genau. Wir werden angeln gehen. Wir gehen an. So. Jetzt durfte es wieder ein bisschen besser gehen. Das so. Ey. Schubwürdig. Überspringen wie die Nacht. Es wird grad dunkel. Jo. Kann man machen. Okay. Ich lauf zum Bett. Gras. Hab mal was zum Rauchen, ne? Nehmen wir mal ein bisschen Gras mit. Ein bisschen Marihuana schadet nie. 36 und Marihuana Stücke dürften reichen. Also ich liege. Ich auch. Ich jetzt auch. Ich jetzt auch. Dann sollten wir einschlafen. Wenn man es sieht, wenn ich liege sind, die ganzen Sachen anders. Das ist ganz farbig. So. Und jetzt noch mal zum Thema zurück. Hä? Ja. Gerade ist mir die Puste ausgegangen. Mal gucken, ob das geht. Oh. 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 Insofern. Haha. Na ja. Da bin ich eher pessimistisch drinne. Such mal ein bisschen tieferes Gewässer. Ob es hier überhaupt ein bisschen tieferes Gewässer als 2 Blöcke gibt. Oder als einen Block gibt. Schätze ich mal da vorne. Weil da sieht dunkl aus. Ähm. Das sieht eher aus, als wäre das irgendwie verbrannt und nicht als wäre da irgendwie ein Grafik-Bug. Das sieht eher aus, als wäre es verbrannt. Ach ja. So langsam brauche ich wirklich was zu essen. Eine Keule. Oh, ich bin schon zu weit. Ah, da sieht doch schon vielversprechend aus. Nee, so. Nee, auch nicht. Komm. So. Jetzt ist es genau auf den, ups, zwei Blocktiefen. Jetzt heißt es warten und hoffen, dass es überhaupt funktioniert. Das erst mal. Ja, und ich wackele sehr oft mit der Kamera hin und her. Ich glaube, das ist der Sound ein bisschen neise. So. Oder ich werde zum Fluss gehen. Und hoffen, dass es im Fluss Fische gibt. Ich weiß nicht genau, aber ich habe in letzter Zeit übelst Salzschmerzen. Wahrscheinlich, weil ich mich da so oft aufnehme. Uh, ich habe mein PC-Dorf gefunden. Achso, das war das im PC-Dorf, was die meinten. Warte mal, das heißt... Wenn da das im PC-Dorf schon ist, ist da Kohle. Aber man, die Kohle sieht aber komisch aus. Oh. Ja, ich brauche was zu essen. Ein. Deutig. So, dann, wenn hier schon auch du Pusse... Da auch du Pussis schon drin rumschwimmen, dann muss es hier doch auch Fisch geben. Oh, la, la. Ich bin rot. Jetzt gibt mir Fisch. Fischi, Fisch. Komm, Fischi, 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 Fischi. Komm, Fischi, Fischi. Ah, ich habe ein Fisch. Ich habe noch gar nicht geholfen. Ganz geholfen, dass es im Fluss doch Fisch gibt. Komm, Fischi, 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 Fischi. Komm, Fischi, 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 Fischi. Komm, Fischi, 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 Fischi. Hey, mein Fisch. Komm, Fischi, 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 Fischi. Komm, Fischi, 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 Fischi. Komm, Fischi, 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 Fischi. Fischi, Fischi, Fischi. Yay, noch ein Fischi. Söb, komm Fischi-Fischi-Fischi, Fischi-Fischi-Fischi-Fischi. Komm! Äh ... Japp fünf Fische ... Haben wir schon mal. Komm schon Fischi! Noch fünf mehr, dann haben wir 10 Fische, das dürfte erstmal reichen. Komm Fischi-Fischi-Fischi, komm Fischi! Ich glaub, das nervt euch, ne? Ich glaub es gibt hier keine Fische mehr. Hm ... die und auch da zu spät die Prüvenste ein über die Blinden aber Angst verschweigen und ich hab gedacht man meint nicht die Verwärter das mit der Hälfte das war auch wieder Wie wär's mal, wenn wir Thaddeus angeln gehen?